Das ist die Sonne. Die Sonne steht im Mittelpunkt unseres Sonnensystems. Das ist die Erde. Die Erde dreht sich nicht nur um ihre eigene Achse, sondern auch in 365 Tagen um die Sonne. Zudem ist die Erdachse um 23,5 Grad geneigt. Am 21.06. ist auf der Nordhalbkugel Sommer, da die Nordhalbkugel zu diesem Zeitpunkt der Sonne zugeneigt ist. Am 21.12. ist auf der Nordhalbkugel Winter, da zu diesem Zeitpunkt die Nordhalbkugel der Sonne abgewandt ist. Dieses geschieht Jahr für Jahr, es sei denn, die Erde wird aus ihrer Umlaufbahn geschossen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Schaut mal etwas mehr. Das ist die Erde schwer.